Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cry of Fear, Schrei der Angst. Ähm, ich hab's ja drinnen recht dunkel, das liegt allerdings hauptsächlich, ich dachte schon, da dran, dass ich keine Lust hatte zum Lichtschalter zu laufen. Oh, wieso höre ich keine Stimme? Oh, Hallöchen. Nice to meet you. Aua. Schau mal. Willst du mich verarschen? Du bist mein erster Gegner und hält so viel aus. Endlich. Das war besser. Dammit. No signal. Alter, der hat ja viel ausgehalten. Soll ich jetzt da reingehen? Moment, Moment. Hier bist du. Achso, stellt wahrscheinlich Leben wieder her, ne? Ja, aber noch hab ich genug. Aber ich hab ja auch noch einen freien Platz, also kann man das da wunderbar ablegen. Jetzt könnte ich unter 3 das ausrüsten, ja. Moment. Moment. Ich hab ja noch einen freien Platz deswegen macier, wie es hier steht. Ich hab ja auch noch ihn verbunden. Ich hab ja noch mal für ein Bevorruf. Ich hab ja noch einen Bevorruf. Das war ja auch ein ganzes Problem. Ich hab ja noch nie住t. Ich hab ja auch einen Bevorrufen, das war ja so ne? Aber ich hab ja auch einen fix auf jeden Fall genauer. Ich hab ja auch irgendwo nicht zu fiquei und weil wir eigentlichen. Ich hab ihn nicht verraten. Aber ich hab ja auch kein Problems sein, ja so eine Bevorrufen. Ich hätte auch gerne einen Hammer. Oh Gott, nee. Die hätte ich fast nicht gesehen. Aua. Geht's hier raus? Ja, ich will hier raus. Ob. Achso, eh. Oh Gott, nee. Oh, ich dachte schon, da wäre einer. Du kommst aber freudig zu mir gelaufen. Aua. Oh, noch einer. Aber hier kann ich mich schlecht verstecken. Der kam mir jetzt ungünstig. Mein Problem ist, hier konnte ich nicht weit genug nach hinten gehen. Und aus dem war ich unbewaffnet. Kann ich alles nicht aufnehmen? Okay, hier ist nichts. Oh Jesus. Wärst du doch nur in dem Haus geblieben. Ich hab schon fast die Befürchtung, dass wir erlangen müssen. Oh Gott, nee, Franzosen. Echt mal, die hier sehen ein bisschen... Der sieht ein bisschen aus wie... wie ein Franzose, finde ich. Oh, komm. Aua. Boah, da gibt's mir ordentlich einen. Halleluja. Oh Gott, ich brauche dringend Morphin. Mir ist nichts. Ich seh schon, ich werde sterben. Ich seh schon, ich werde sterben. Okay, ist das heller? Help me, please, help. They are coming. I'm inside their apartment. The apartment. Hurry. Ich soll mich beeilen. Du bist ja witzig. Ich bin froh, dass ich da raus bin. Das ist schon mal sehr hilfreich, aber... Ich brauche dringend eine Spritze oder sowas. Ja, ich weiß schon, was wir machen müssen. Ach, nee. Ich will das nicht spielen. Was sagst du denn, Jumpman? Sag mal, ich komme hier nicht hoch. So, aber mit Ducken geht's. Nicht runterfallen. Schlechte Idee. Ich will aber auch in kein Apartment rein. Sag mal, ich hab... Ich drücke E, danke. So. Cool, bei WLAN habe ich dir geöffnet. Bitte, ich brauche ein Speicherungsding oder eine Spritze oder sowas. Aber lieber ein Speicherungsding, weil da kann ich's beenden. Und, ähm... Ja, Freundchen. Oh, Jesus. Hier geht's ab. Ja, aber da würde ich dann auch nicht reingehen. Ich kann die Wörter nicht lesen. Ja, zum Weg nach Hause. Der dritte... Bleibt beim Spielen. Kommt zum mir, Kind. Die sagen... Das kann ich nicht entziffern. Oder ich kann's nicht, aber ich glaube eher, dass ich nicht entziffern kann. Killed the Cat. Achso, hier unten steht ja. Ah, praktisch. Ah, guck mal. Ach, das heißt eine 3. Jetzt macht's Sinn. 3 little kitties playing in the park. Said the first kitty, let's go home before it gets dark. The first two went on their merry way home. The third stayed playing. All done. Come here, little child. Come to me. The bushel... Ah. Okay. The bushel whispered softly. They say... Ah, kann ich doch nicht. Kurios... 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 Die... Weiß ich nicht. Ich kenn das Wort gar nicht. Killed the Cat. Okay. Macht mir Angst. Ich will da nicht rein. Ich bleib jetzt einfach stehen und warte auf ein gutes Ende. Oh, gut. Oh, nee. Hier geht's rein. Oh, ein Speichergerät. Ja, aber 11 Minuten. Wir können doch ein bisschen... Ich mein, ich kann ja dann nochmal... Speichern. Oh, dich hab ich gar nicht gesehen. Boah, wie gemein. Das hat zwei Messer. Kann ich mir nicht eins davon da mitnehmen? Also nicht das Kiss, sondern ein Messer. Wow, das kommt zu mir. Bleib da. Alter, ich treff das nicht. Kleines Wichs wie ich... Ich hab doch gewusst, dass hier jemand drin ist. Was haben wir denn hier? Ah, geil. Spritzen? Ach, fuck. Keine Spritze. Ich werd sowas von sterben. Ehrlich gesagt, wär's sogar gut, wenn ich jetzt sterben würde. Weil ich mein, hier ist der Speicherpunkt. Also ich hätt nichts gegen, wenn ich jetzt sterben würde. Ich versuch das jetzt trotzdem mal durchzuziehen, auch wenn nicht. Oh Gott, hier geht's rein. Bald sterben, hell. Ja, Licht. Oh, Moment, hier sind wir wieder. Wenn man das kennt, fühlt sich witzig. Oh, jetzt sterb ich. Ja, noch ein Schlag, aber ich bin tot. Ja, hab ich... Aber, scheiß drauf. Ja, ja, okay. Brauchen wir das noch? Ja, wir brauchen das noch. Noch so eine Minute kann ich ja machen. Da erkunden wir mal einen anderen Gang. Au, Halleluja! Ja, ja. Wenn ich das einfach so gemacht hab, hab ich weniger. Okay. Trotzdem brauch ich jetzt mal eine Morphium-Splitzer. Weil auch mit dem... Ich mag das jetzt noch einmal probieren. Okay. Oh, hammergeil. Cry of Fear ist abgeschmiert. Hat der Kronk ja gesagt, dass es... ...ganz oft abgeschmiert ist. Das lohnt sich jetzt nicht mehr zu starten. Ich würd zwar noch gerne 2-3 Minuten spielen, aber... ...mein Herz... Jetzt pocht's gar nicht mehr so stark. Aber eben grad hat's gepocht wie sonst was. Und... Weiß ich nicht. Na gut, aber jetzt lohnt sich's nicht mehr. Weil ich mein, es ist abgeschmiert. Und abgespeichert auch mal eh. Und ich hoffe, ich bin morgen drauf gefasst. Und ich denk dran. Na egal. Ich bedanke mich, für's zugucken. Hab's dir gefallen. Bis dann mal wieder. Und... Tschüss! Tschüss!